es tv videos aus der region ganz herzlich willkommen bei es tv mein name ist rafael treite und 2016 war ein bisschen aufregendes jahr ab und zu habe ich mich mal völlig verplappert vor der kamera und dann mache ich immer in der regel so und irgendwie keine ahnung was also die besten outtakes 2016 kommen jetzt viel spaß da ist er robert noch mal was macht jetzt genau ich muss moderieren stimmt neben mir stehen schon zwei junge läuferinnen mit großem die gleich 3 5 5 oder 9 kilometer laufen da kann man sich aussuchen wollte ich sagen noch mal du hörst gar nichts heute durch die wunderbaren esslinger wälder und neben mir stehen zwei athleten das war es auch schon wieder unsere kleine bescheidene so ganz herzlich willkommen bei es tv mein lieber schon also ich habe jetzt gerade schmetterlinge im bauch und wir sind hier in blauhingen beim markwartfest und sie sind dabei klasse dass sie reingeklickt haben ganz herzlich willkommen hier vom weindorf in kirchheim neben mir sitzt marina die heiratet im september und hat heute einen genialen jungfernabschied unglaublich wie geht's dir ganz herzlich willkommen bei es tv mein name ist rafel treide und dessen ganz viele gäste hier aus esslingen aus der region aus backnang glaube ich die alle zu ollie möchten und ollie ist ein malermeister seines zeichens aber der mann der witz vom ollie kripp noch mal ganz herzlich willkommen bei es tv mein name ist rafel treide freue mich dass sie eingeklickt kommen aus berlin und ja jetzt gucken wir erstmal mit hier los ist aber schon interessant es tv videos aus der region